Geon Kahn-Otto hat ganz viel gemeinsam. Ich glaube zum einen ist es auch eine Firma, die traditionsmäßig lange da sind, die den Kunden im Blick haben, die ein deutsches Unternehmen auch sind, die sehr aufpassen, dass nachhaltig produziert wird, die gucken, wo kommt das her, was machen wir da eigentlich und was ist unsere Intention. Und die war bei mir natürlich auch immer zu sagen, ich möchte, dass wir gute Produkte an gute Leute geben. Interior war immer Teil meines Lebens und auch immer meiner Arbeit. Ich habe immer schon Product Design gemacht, denn als Modedesigner ist man sehr eng verbunden auch. Natürlich mit Interior, auch mit vielen, ja auch mit Architektur muss man sagen. Ich habe immer schon viele Möbel entworfen, immer schon ein Produkt auch gemacht und das hat mir immer gut gefallen. Jetzt bin ich darüber hinaus auch jemand, der sehr einrichtungsverdreht ist, also der sehr gerne wohnt und sehr abhängig davon ist, auch mit einem guten Stil zu leben. Und ich glaube, dass für mich Kultiviertheit und auch ein schönes Zuhause eben auch heißt, dass ich mich natürlich nicht vergesse, meine Klamotte, aber eben auch sehe, dass Mode und Lifestyle eben auch in das Zuhause einziehen kann.